Hallo Leute und herzlich willkommen heute zu der ersten Folge Minecraft in Endergames. Ähm, ja, lange her, dass ich das gezockt habe, ich habe keine Videos gemacht über Endergames. Ich weiß eigentlich nicht warum, aber jetzt habe ich so rumgefragt, was soll ich denn aufnehmen? Ah, so eine Person. Ja, Endergames. Okay, dann mache ich Endergames. Und das wird es dann. Jetzt. Heute. Ja, äh, egal. Ähm, jetzt sagt, falls warum Rennig den Weg auch egal. Ja, ähm, ich probiere so viele Videos wie man mich halt zu machen, so dass ihr das habt, die Videos, die ich die zwei letzten Tage nicht gemacht habe. Also, die Videos, die ich nicht gemacht habe, die letzten zwei, drei Videos, kommen jetzt. Okay? Verstanden? Ja gut. Sonst ist es auch egal. Ich bin scheiße an der Kern. In manchen Dingen. Manchmal bin ich dann, oh, ist ja Gott Ding gehört. Ja, Ding gehört. Äh. Wenn ihr, wenn ihr das Ding gehört habt, dann war es mein, äh, dann kann ich euch sagen, das war mein, ähm, mein, 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 mein. Mein, mein Redignor-Esterang, äh, für das Videos ist fertig. Äh, und das kommt ja auch auf den Weg. Äh, ja. Oh, naja, ja, 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 ja. ich kann es nicht mehr sagen ist zu schnell nicht ganz zu schnell ich bin ich mache zu schnell ich kann es nicht ich kann es 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 Prozent ich will nicht wir machen schon weiter mit das nicht ohne irgendwas deswegen gar nicht Ender Games kann man manchmal auch nicht schnell zocken ja ich kann weil ich sterb so schnell ja hier auf diesem server heißt es ist auch egal aber da könnt ihr mich ernten und wenn ihr Bock habt hat mich zu ernten ich heiße ich schreibe mal ja hier das ist mit großes s co die c 0 ihr findet es sich heraus ich habe schon echt viele Freunde ich habe ja was habe ich 13 seiten oder so ist ganz ich habe keinen Plan warum ich so viele Freunde habe nur auf Spaß glaube ich aber ist auch egal wir probieren noch eine Runde und wir probieren Glück in diese Runde auch bei der letzte Runde waren wir schnell fertig und tja jetzt sehen wir was passiert oder ob ich scheiße bin 5 4 3 2 1 und dann schnell und dann schnell und dann schnell runter oh man oh man ich will das kid nicht oder mein wolf nicht lustig ich würde es was mit Eski soll ich survival games zocken also nicht nur auf Gommel auf allen möglichen scheiß Servern wo auch scheiß viele Hacker sind wo ich dann auch total getötet werde mit Kill Aura und Nodus und alles da ja wow ah cool cooles kid das mag ich mein weh tut mein weh tut echt weh ja ich wollte ich wollte sagen mein Fuß tut echt weh ähm kein Plan warum bist sicher weil ich der ist echt echt tut weh der wird wittung ich renne dann weg Junge oh die 4 Diaz renn das war echt knappi NUIN das war meine Rettung OGG Skill Move des Todes so Spear zack dann renne ich weg ich hoffe NEIN das hier überlebe ich nicht nicht lange auf jeden Fall Mann ich kann ihn nicht snacken das weiß ich dann renne ich ja weg ich hab ja nur wirst und ich hab nix aber wenn ich ihn dann snacken dann bin ich der Oberwaffe aber ich will die Chance eigentlich nicht nehmen weil wenn ich ja dann sterbe dann darf ich Kampelwiss tun und der hat gut im Film oh Mann schmächliche Wurstung ja NEIN scheiße ich hab ja tritt so ok gut 2 weg h komm ein okay Oh! Oh! Er macht viel Damage! Renn! 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 Zwei Bugschützen! Mit dir Schwert meine ich, nicht dir! Doch, ich hab auch dir's! Aber ich hab auch dir Schwert! Zack! Dann krieg ich nochmal Speed! Zack! Rüstung! Oh man! Oh! Das ist knapp! Er wird stürmen! Er wird stürmen! Komm schon, stürmen! Nein, das war eine gute Aktion! Also, ich hab ja no Rüstung! Das fand ich trotzdem echt krass! Dass ich mir so viel Damage gegeben habe! Ich hab ja keine Rüstung! Ich hab ja fast nichts! Ich bin... Ein Opfer des... Opferlandes! Ich hab Dierschwert! Ich hab Dierschwert! Komm her! Fight like a main! What?! Krass! Junge GG! Junge GG! Ich hab eine Rüstung ran! Wenn der Peile hier runter zeigt... Der Dierschwert! Wow, krass! Junge GG! Nice! Das war gut! Das war gut! Gut gemacht, Tobi! Tobi! Nein! Oh! Ja! Jetzt hab ich drei Dierschwerter! Krass! Und fast eine Full-Dier-Rüstung! Awesome! Ne, nicht dir! Was red ich jetzt? Blabber ich da! Ähm... Full-Iron! Zack! 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 Und dann auch der Helm! Dann hab ich... Yo! Läuft bei mir! Zack! 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 Gut! Ähm... Was brauch ich nicht? Ähm... Ja! Das könnte ich viel gekauft! Dann liegen noch mehr Sachen! Krass! Ähm... Läuft! Auf jeden Fall! Würde ich mal sagen! Drei Dierschwerter! Boah! Das ist... Nicht wenig! Ähm... Das brauch ich nicht! Das brauch ich nicht! Brauch nicht! Kann ich vielleicht... Nein! Okay! Egal! Ähm... Der nächste Gegner ist... Zack! Zack! Der nächste Gegner ist... Wie weit weg? Okay! Dann ist er diesen Weg nicht! Ja! Da war es ja! Nice! Oh! 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 Das wird ein Feind! Das wird ein Feind! Und ich sterbe! Ich sterbe! Heh! Nein! Ah! Ich werde sterben! Ich bin zu jung zum sterben! Ah! Ich will! Ich renne jetzt nur! Ah! warum habe ich so viele sachen kann doch nicht sein nein nein ich werde mich gerade porten er wird hier von es sei 2 2 4 Weg hier! Hä, landet die? Oh man! You're just kidding. Kann doch nicht sein. Wo ist er? Enteppeln, enteppeln, enteppeln. Ich hab ein Schwert. Nein! Okay, gut. Dann probieren wir es nochmal. So, Entschuldigung. Was hab ich? Knockback! Warum? Oh man! Ich krieg immer Scheiße auf eins. Und ich hab nicht ordentlich... Ähm... Dings. Oh man, da ist er wieder! Hä, nein! Hilfe! Knockback Hilf, nicht richtig. Oh man! Schade! Heilungspotions! Die kann ich gebrauchen! Weitere sind weg. Okay. Entschuldigung. Ähm, zack. Schade! Schade! Holy crap! Okay, ich habe die Chance. Gut! Gut, 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 gut. Hab ihn! Hab ihn gerreckt! Hab ihn gerreckt! Hab ihn gerreckt! Hab ihn gerreckt! Krass! GG! 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 Zack, zack! Komm schon, was brauche ich? Ein Baum! Ist mit dem Bogen gestorben! Schade! Ach egal! So, guck, sag! Ich bin gerreckt! Zack, ich steig mal! Warte! Ich guck mal, das war nicht da! Das, das, zack, zack, zack! Ähm, zack, zack, zack! 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 runde ich guck mal wo ist der nächste gegner ist jetzt aber komm schon ja 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 mann jetzt gewinnen wir diese karte sonst weiß nicht wissen es war eine blöcke stand der plöcke ist eigentlich nicht so weit eigentlich vor Boah, ich fass mich selber ab. Okay, ich hab gute Rüstung. Ich hab gute Chancen. Aber einer hat ihr ja gesehen. Oh. Warte. Warte. Ja. Ja. Oh ja. Oh ja, ja. Nein. Mein Baum. Oh Mann. Mein Baum. Junge, könnt ihr doch nicht machen. Wieso zu pehen? Ja, okay. Zack. Nein, nicht schuldig. Herz. So, dir. So. Leucht bei uns, auf jeden Fall. Würde ich dann... Oh, wo ist er? Nein, brauchen wir nicht. Er ist diesen Weg, der mit das nächste... Pats, 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 pats. So. Ich habe... Nein, ich hab heute keinen Bock. Ähm, ja. Zack. Heilung. Zack. Zack, zack. Ich habe ein bisschen Angst. Irgendwie. Sorry, sorry, sorry. Okay. Nein, hä? Oh mein, okay, ich höre jetzt auf. Wirklich so einen Bock. Backpack. Nein, ich habe schon gedacht, dass man die Schwert ist. Uuh. 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 Ich dachte schon. 60 Blöcke. Ich habe einen falschen Weg, ich habe einen falschen Weg, ich habe einen falschen Weg, aber es ist nicht weit, okay, einer hat, ja gut, ähm, einer hat gerade geschrieben. Ich muss auch gleich zum Arzt, ähm, also wird das, ja, das ist, oh man, welchen Weg rennt der? Hä? So, jetzt. Ist aber, da. Pats. Hi. Zack, 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 zack. Hä? Hä? Alter, krass. What? Ne, aber. Boah, Mann, ich gucke mir das genauer, ähm, ob das irgendwas war. Hexos, weil. Hey, ihr habt ja gesehen, ich habe so viele Male geschlagen, wilde Mannschaften ist einschwellen, ich hatte die Diabotpanzer und dann drei Schläge oder so, zack, da war ich down. Hä? Wie könnte das sein? Ich gucke mir das genauer an. Ich weiß nicht, ob das nächste war. Ist auch egal. Ich sage nur tschüss und bis nächstes Mal in das nächste Video. Ciao. Ciao.